Servus Mountainbike News, Leserinnen und Leser. Wir sind hier im Green Hill Bike Park. Wir werden jetzt in die Black Line einsteigen. Ihr seht da vorne schon einen kleinen Boner, den werden wir uns erstmal vornehmen und dann kommen uns noch weitere Repeaters. Bis gleich! So, dann folgen wir mal dem Flo. Schauen wir, dass wir das überleben. Es gibt einen schönen Einschlag. Oh, hier geht es eng um die Kurve. Fängt auch langsam an zu stauben. Ein bisschen abstanden lassen. So, weiter geht es. Zweites Segment, der Black Line. Loan, Loan Paradise. Richtig, richtig nice. Wird wahrscheinlich nicht ewig so bleiben, aber aktuell ein Traum. Oh, das war ein Ticken langsam. Aber wir wollen euch auch zeigen, was die Linie zu bieten hat. Deswegen nicht auf Anklage. So, jetzt. Da haben wir wohl die Linie verpasst. Aber noch gerettet. Ziemlich los hier an ein paar Stellen. Auf Camber, all the time. Aber auch super witzig. Ich glaube, das verdient den Begriff Auf Camber. Der Flo will mich hier auf jeden Fall challengen. Jetzt muss ich ihn einholen. Nicht zu schnell. Ich bin hinter dir. So, ich hoffe ihr könnt es erkennen. Wir sind jetzt hier am einem Segment der Double Black Line. Und der Flo und ich kam jetzt gerade über die normale Black. Über diesen Stop. Und haben wir jetzt gesagt, bevor wir die kleinen Hipper da unten machen, gehen wir jetzt erstmal das große Segment. Die Double Black ist oben und ist ganz fertig. Wir schieben jetzt hier die Double Black hoch. Der Flo und ich werden jetzt diese süße Wing senden. Ich denke mal, das wird ganz witzig. Die Kamera läuft. So, ab geht's. Der große Wing. Ja, ist etwas weich, aber ich finde es schon ganz cool. Das ist auch ein ganz witziges Feature hier. Mit einem kleinen. Mit einem kleinen Drop. Ah, da war ich ein bisschen zu lang dafür. Super nice. Jawohl.